hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von der let's play lego star wars the clone wars nein lego star wars 3 lego star wars the clone wars lego star wars 3 wie auch immer schön dass ihr wieder dabei seid wenn euch unsere videos gefallen dann lasst doch gerne likes abos und kommentare da das mit dem abo unterhalb des videos das solltet ihr auf jeden fall machen und nicht vergessen die glocke zu aktivieren immer auf dem neuesten stand zu sein genau so und jetzt würde ich sagen wir schauen uns mal weiter diese höhle hier an wir sind ja auf der jagd nach vogel dem geringeren nachdem wir in der letzten folge schon so ein bisschen tetris gespielt haben schauen wir einfach mal was uns jetzt noch für rätsel erwarten werden ich bin massiv gespannt das wird bestimmt cool werden so da war doch noch ein nachverkauf so irgendwie habe ich das gefühl die grafiken ach ne das liegt wahrscheinlich wieder an meinem rechner ich wollte gerade sagen ich habe das gefühl die grafiken hier sind nicht sehr gut aber das liegt an meinem rechner das liegt ganz eindeutig an meinem rechner wenn ich mir in der vorschau ansehe dann ist das doch wesentlich schärfer ich frage mich ja warum hier so ein langer gang ist und keine gegner kommen da jetzt wieder irgendwo so ein sandwurm außer eck gedümpelt und guten abend sagt oder was das soll ach nee da müssen wir dann durch gleich entschuldigung oha oha das hat mich jetzt tatsächlich erschrocken da ich mich erschrocken so der zieht jetzt alleine die wand auf oder was ja tatsächlich braucht eine weile aber er zieht sie alleine auf da kommt keiner rausgejumpt da kommt ach nee aha die funk klone wenn ich dabei natürlich nicht schaffte das alleine schafft er nicht oder schafft er nicht verschafft er nicht schade wir bräuchten die funk klone da ist noch einer abschließen das spinnnetz nehmen wir jetzt auch noch mit ich hoffe diesmal sind die sounds auch ein bisschen besser ich hatte am anfang der letzten folge die lautstärke auch mal ein bisschen niedriger gestellt ich hatte das gefühl dass in den letzten folgen egal das in den letzten folgen ach und jetzt schaffst du es oder was das in den letzten folgen die lautstärke einfach ein bisschen hör auf die lautstärke ein bisschen zu laut war auch keiner raus schade das habe ich jetzt einfach mal glaube ich gefixt hier kann man nichts machen schade aber hier du kannst mit h wieder das loch in die wand schneiden das sind ja alles rätseln wir schon kennen wir schon mal hatten wo werden durchaus wissen wie es geht das ist ja jetzt keine große kunst mehr für uns aber ernsthaft jetzt hörst du mal auf damit sollte wenn man gegner abschrecken möchte dann sollte man das nicht so machen dass man dass das die gegner wissen dass da was kommt kommen kann heute ernsthaft schade da passiert nicht so wie geht es jetzt weiter jetzt müssen wir bestimmt hier was machen mit diesem spinnen netz nehmen müssen wir nicht okay die decken decken ornamente abschließen und dann wird uns da was machtmäßiges angezeigt und das muss man jetzt wahrscheinlich dann zusammensetzen das sieht so aus wie eine figur da müssen wir noch weil wir brauchen auch genau ein beinchen brauchen wir noch zweites beinchen zack so und da drauf gehört ein torso gut auf den torso gehören oder an den torso gehören und das öffnet uns jetzt tür und tor sozusagen und das öffnet uns jetzt tür und tor sozusagen schwuppdiwupp springen wir rein auf das was uns hier erwartet was tut es da was tut es da und da sind auch noch so spinnen sind das zombies sind das so nur bestimmte gar wie robonino können diese ja okay das wissen wir das sind doch so zombies lol damit hätte ich nicht gerechnet mit zombie ähm zombie zombie elefanten zombie wie fliegefunden sind es ja gott gott wer hätte denn damals gleich na zombie fliegefunden ja wenn ich manchmal so stocke dann liegt das daran dass ich mir doch tatsächlich gerade gedanken darüber mache wie ich die folge nennen kann und einfach ein eine idee die ich habe aufschreibe so der weg ist versperrt achso und bei dem anderen da müssen wir bestimmt dann da durch oder was ist das oder müssen wir hier was machen müssen wir im spielnetz was machen irgendwie da eine bombe drauf werfen oder so glaub ich nicht oder das glaub ich fast nicht ne das war nicht muss man da oben mit der spinne was machen ne auch nicht dann würde ich sagen wir gucken einfach mal wie es hier weiter geht wir gucken jetzt einfach mal in den ähm in den gang hier rein ne ne dann nicht hammer was wir machen können ist das achso wir müssen beide verbarrikadieren um da weiter zu kommen auch schlau auch irgendwo logisch boah kommt leute warum so viele von euch können wir den gang auch irgendwie zu ne da ist kein hinweis dann lassen wir das jetzt einfach mal sammeln hier unsere minzen für den hua das hat mich jetzt aber erschreckt für den wahren jedi status ein wir wollen ja möglichst viel in richtung wahren jedi status erreichen aber aha aha zack so und die zombies kriegen wir auch erledigt das produziert geld für uns hervorragend das ist klasse damit können wir umgehen die credits sind es ja das hatte ich auch schon mal erwähnt das ist ja kein geld also doch es ist geld es ist eine währung aber die nennt sich halt credits so das ist eine lange episode ne oder eine lange ähm oha was ist das oha ich habe so ein bisschen gott ich habe so ein bisschen so ein bisschen gänsehaut das sieht schon ein bisschen gruselig aus das sieht gruselig aus aha der wird jetzt wohl auch noch eine rolle spielen oh gott das ist nicht gut ok ok jetzt aber ganz ruhig jetzt aber ganz ganz gut überlegen können wir das hier vernünftig hä wer ist die menge war das denn bitte ok wie kann der uns helfen das können wir tun das müssen wir machen nein das das hat keinen keinen mehrwert das hat auch keinen mehrwert was müssen wir denn hier mit diesem diese lila teile die haben doch bestimmt auch eine dieser goldene junge der gold junge der der dieser c3 po verschnitt ach warte mal doch wir können hier können wir ne können wir nicht hoch da können wir auch nicht hoch ah guck mal das können wir da dran setzen dann können wir zum Beispiel ein Stückchen weiter so der ach so der können ja mit ah ok so jetzt halt hä ich hab das doch gerade eben geschafft ah guck mal den da oben dran setzen gut als jedi kommst du da ja auch so hoch warum kommen wir da nicht dran und hoch das heißt wir müssen jetzt wieder warten bis da noch so ein ding ploppt oder was oder wie ach bis der bis der da durch die gegend köttelt wieder oder was so ok der hat schon mal ok ok läuft bei dir so eine können du holst jetzt auch mal bitte erstmal dein lichtschwert wieder so jetzt haben wir alles wieder in der alten ordnung das gefällt mir schon mal das ist alles ein bisschen alles ein bisschen alles ein bisschen wir hier würde ich sagen also ich weiß gerade das ist alles gerade ein bisschen viel also so nach dem motto ich weiß gerade nicht was oh das ist eine bombe der der kackt bomben der kackt bomben Junge willst du mal auf damit das ist ja guter plan ja sehr guter plan kommt wird noch mehr davon gehen ja komm ja ja los wirft die hier hin komm hier hin ja komm noch eine weiter ja sehr gut ja komm ja wunderbar das habe ich jetzt aber mehr durch zufall ausgefunden also das das ist jetzt ein riesen zufall oh 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 ich muss da irgendwie hoch und ich weiß ich weiß noch das und das aber kann sagen oh oh ja komm ja na Ach, komm schon. So, geht doch. So, hier raus basteln wir jetzt auch nochmal was. Boah. Ah, das hat mir gerade ein bisschen Tränen in die Augen getrieben. Das hat mir gerade ein bisschen Tränen in die Augen getrieben. So, komm. Du kannst mir Bomben entgegenkacken, wie du möchtest. Ähm, ich hab das jetzt... Aha, so. Jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter. So, Luminara und Duli haben wir befreit. Vogel der Geringe wird jetzt einfach vom Klon genommen. Und das war's, oder wie? Oh, oh. Luminara und Duli hat ihre Haare verloren. Wer kennt's nicht, wer verliert denn nicht seine Haare, ne? Und da müssen wir erst rausgehen. Da unsere Helden fliehen da raus, die Zombie fanden. Und da... What the... What the... What the... What the... Junge... Das ist nicht euer Ernst, oder? Die Zombie... Da ist es eine riesen Zombie-Fandenherde. Ähm... Ja, kommt schon. So. Tschüss. Oh, Glück gehabt. Wir haben's hier, glaub ich, fast rausgeschafft. Das sieht so aus, als wär da noch ein weiteres Rätsel für uns. Uiuiui. Luminara und Duli scheint, äh, ordentlich im Rage-Mode zu sein. Und Etikette lebt auch noch. Ich dachte, er ist tot. Jetzt aber. Doch nicht. Doch. Haben wir's geschafft? Haben wir's geschafft? Haben wir's damit geschafft? Das sieht so aus. Wir haben's geschafft. Hervorragend. Puh. Die Zombie-Fliege fanden. So hab ich sie genannt. Nicht die Zombie-Fanden, sondern die Zombie-Fliege fanden. Und wir haben noch mal 100.000 Steine dazu bekommen. 100.000 Kredits dazu bekommen. Sehr cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Das mit dem Abo, das funktioniert jetzt ganz einfach über den Button, der oben rechts eingeblendet wird. Und wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann gleich unter dem Button unten rechts nach dieser Story. Ciao, ciao.